Oh, ich mag Zielübungen! Diese Typen sind... Wie kann man so dumm sein wie der, Alter? Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ob es noch einen fünften gibt? Diese Strand ist perfekt! Ja, ist er! Oh mein Gott, wir können... Er hat immer noch den Slime dabei! Ankel züchten Hund... Fangen sich Hunde oder Katzen? Er hat einfach einen Slime! Ich will auch einen Slime haben! ...und seinen Hafen bauen, genau dort! Äh, okay, Adam, ich geh im Material! Das muss ich auch noch machen bei Minecraft! Ich hab da ja so einen riesengroßen See! So einen Hafen bauen, das wär ne coole Idee! Hier sammeln? Mach ich nichts kaputt, während ich weg bin, okay? Oh, Adam, ich hab ne Idee! Ich hab noch nicht mal die anderen bei Minecraft... ...mein Minecraft-Projekt zu Ende gebaut! Außer bleib ich spannend, wenn ich mal was Neues mach! Machen wir was kaputt! Ja, 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 ja! Komm schon! Nein, Schleim! Hör auf! Du versaust ihm sein Comeback, du Schwächling! Ja, hör mal auf, du Arschloch! Oh, also bin ich das Arschloch? Hm, na dann sieh mal, was ich mit deinem Strand mache! Jetzt ist er das Arschloch! Du wirst deine Tat bereuen! Oh, was? Ein Arschloch, das reden kann, man kennt ihn! Was willst du mit mir machen, hä? Du hast mir wehtun? Oh, ich habe solche Angst! Oh, oh! Oh, nein, was hast du getan? Oh, oh! Jetzt wird's hoch! Scheiße! Warum gibst du was in Minecraft nicht wirklich, Alter, so ne Falle? Das wär geil! Ich bin mal in so ne Pyramide in ne Falle gedreht und das war total dumm! Alles war ich gefunden, hab weg, alles einfach tot! Na, ich hab den Teppich abgebaut, bin runtergefallen, da unten war natürlich ein Dings, ein Schalter, der DNC aktiviert, das war so... Heute sammle ich Material für unsere Happen und unsere perfekte Strahlt! Das war kein Teppich, das war ein Wunderblöck oder so, keine Ahnung! Oder Wolle, Wolle, genau! Flöcherlich! Haha, voll der Krater, Alter! Unser Dungeon ist vollkommen ruiniert! Oh, oh! Das tut mir leid! Hast du das gehört? Es tut ihm leid! Oh, dann ist ja alles okay in der Hood! Hast du gehört? Wenn die Monster nur wirklich so krass wären, Alter! Oh, das ist so krass! Ich habe nichts falsch gemacht! Oh, ja! Das ist schon okay! Was macht uns? Doch zu Freunden, oder nicht? Und als gute Freunde helft ihr mir doch bei meinen Zielübungen! Was meint ihr? Oh, Zielübungen? Oh, ich mag Zielübungen! Diese Typen sind... Wie kann man so dumm sein wie der, Alter? Die scheiß mir ins Hemd lässt... Cool! Nein, ähm! Ich dachte, du weißt schon, als ich gemacht habe, das Sand fällt runter! Und ich habe das überhaupt schon... Das war die ganze Zeit geplant! Äh... Ich... Ich verstehe den einfach nicht! Moment, Moment! Jetzt kommt der... Ja! Habt ihr einen Dungeon gefunden? Ich liebe Dungeons! Und ich war schon sauer auf euch, Leute! Wir können freigesetzte Steine für unsere Konstruktion benutzen! Jetzt müssen wir nur noch eine andere Strand finden! Aber kommt, Leute! Das ist einfach! Oh! Oh! Oho! Mies! Und wo John hingegangen ist? Das war aber lange Trauer, ey! Haha! Ich glaube, da entlang! Okay! Ich traue dir! Ich habe keine Ahnung! Oh! Was war das jetzt? Und es gibt keine fünfte, ne? Das war auch cool! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like damit! Wenn ihr nicht getan habt, abonniert! Die sind vorab hier nicht! Und mit damit! Aus! Und mit damit! Das war ja auch! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!